Two months ago, my little brother Timmy passed away. My dad's been acting really weird. I wasn't really dead. I was just pretending. What the hell was that thing? A puppet? Oh? Achso, wir sind schon live. Ladies und Gentlemen, euer Lieblingskanal hat ein neues Video hochgeladen. Und das guckt ihr jetzt gerade an. Um Gottes Willen, hab ich mich gerade noch mal selber gerettet, oder? Euer zweiter Lieblingskanal hat ein neues Video hochgeladen. Und dieses Mal geht es um einen verfluchten Jungen, der anscheinend tot sein soll, aber der Vater kann den Sohn nicht loslassen. Und hat deswegen eine Puppi kreiert, die wie sein Sohn ist und spielt mit der und man weiß nicht, was dahinter steckt. Diese Puppe ist verflucht. Wenn's euch gefällt und wenn ihr noch eine Episode wollt und zeigt, dass dieses Format euer Lieblingsformat ist, dann lasst mal alle jetzt einen Daumen nach oben da. Jede Einzelne schaffen wir auf diesem Video heute mal ausnahmsweise nicht 6666, sondern 7777 Likes. Okay, in dieser Folge, der Bruder von Millie ist gestorben. Und sie hat seltsame Veränderungen von ihrem Vater beobachtet. Okay, er akzeptiert es nicht, dass der Sohn tot ist und er macht... Und er macht anscheinend... Kranke Sa... Oh, okay, Bro! Are you afraid of me? Oh! Okay, no, no, no! Wir müssen sicher sein, dass ihr Vater okay ist. Also heute fahren wir zu ihrem Haus und sehen, was passiert. Let's go! Nee, 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 ich bin gut. Wir können die Folge ja an dieser Stelle beenden mit Puppen. Ich hab euch immer gesagt, Puppen, ich bin raus! Nee, wenn die Puppe kommt, dann mach ich einfach... So. Und so. Dann legt die. Alright. Wir fahren also jetzt zum Haus. Dude, there's something wrong about this place. Irgendwas stimmt mit dem Ort nicht. Okay. Wir gehen rein. Also nochmal zusammengefasst, ladies and gentlemen. Wie gesagt... Okay. Okay. Der Sohn gestorben. Der Vater akzeptiert sich, dass der Sohn ist. Äh, dass der Sohn gestorben ist und hat jetzt eine Puppe irgendwie. Und macht kranke Sachen mit dieser Puppe und denkt quasi, die Puppe ist der Sohn. Ich hab keine Ahnung, ob da was dran ist, aber wir werden's rausfinden. Wir öffnen die Tür, hallo? Uh, hi, are you Millie? Hallo, das ist Millie, okay. Yeah. Uh, you email us about your dad? Okay, sie hat uns die Mail geschrieben. Dude, what? Bro, wieso sieht die so? Das ist okay. Hä, wieso guckt... Okay, nein, irgendwas stimmt da schon nicht. Bro, hab die gesehen, wie die geguckt hat? Die ist mit an Bord. Ich sag jetzt schon, die ist da mit drinnen. Die hat irgendwas... Na, 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 na. Die ist selber ne Puppe. Die hat die Puppe kreiert. Die ist der Vater. Oh, ich weiß doch auch nicht. Jetzt ruhig. Ja. Okay. Okay. So, can you tell us a little bit about what's been going on in your house? Sie erzählt jetzt ein bisschen was? Was passiert ist? Vor zwei Monaten ist der Bruder gestorben. Es ist einfach so passiert. Und seitdem wird der Vater irgendwie komisch handeln. Okay, es ist erst mehr als nur traurig, der Vater. Okay, sie sagt, sie hört krasse und komische Geräusche in deinem Arbeitszimmer. Und so ist sie eine empathische Person. Danke. Mein Vater muss nur akzeptieren, dass Timmy tot ist. Der Vater muss einfach akzeptieren, dass Timmy tot ist. Nein, nein, Timmy. Ey, yo. Hey, Leute. Es ist mir, Timmy. Bro! Ey, yo, ey. Nein, ich mach aus. Er ist tot. Er ist tot. Dicke, habt ihr den gesehen? Oh mein Gott! Alter! Er sagt, ihr wollt nicht mit mir spielen? Oh. I don't know. Okay. Bro, abbruch. Jungs, wir müssen gehen. Wie waren die Moves, Freund? Marki, erinnert dich? Ich brauch jetzt kurz euren Beistand. Ich pack das sonst nicht. Ich kann die nicht mehr aufnehmen, diese Videos. Wenn ihr neu seid, lasst kurz ein kostenloses Abo da, okay? Road to 2 Millionen Abonnenten. Jeder, der Neues, okay? Macht jetzt mal eine Challenge. Ich will mal, das haben wir noch nie gemacht. Jeder, der Neues, drückt jetzt auf Abonnieren. Jeder, der Neues, drückt jetzt auf Abonnieren. Jeder einzelne von euch, okay? Und wir gucken mal, was passiert. Alle jetzt drücken 3, 2, 1, bam, Alter! Alright, okay. Also, wir gehen jetzt, glaube ich, in den Workshop, wo die Tochter immer komische Stimmen hört. Ja. Okay, es riecht komisch, sagen Sie. Sie stellen mir immer eine Kamera auf. Wir sehen... Menschliche Organe stand da? Ach, du Heilige. Oh, mamma mia. Das ist die Puppe. Das ist die Puppe, oder? Ist das nicht die Puppe? Bro, bitte sag mir nicht. Ey, nein, nein, nein. Bitte sag mir nicht, er hat aus dem Jungen eine Puppe gemacht. Da ist irgendwas mit dem Herz oder so. Seht ihr das links? Lunge, Herz, na. Na, na, na. Ich bin raus. Ich bin raus. Bro, ich bin raus. Ich bin raus, Bro. Okay, komm, los geht's. Bro, ich bin so raus. Nein, 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 Leute. Nein, 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 nein. Digga, da war einfach der Sohn so. Oh mein Gott. Okay, das ist der Vater, Vaters Zimmer. Gehen Sie rein. Digga, ich bin so raus. Was ist das für eine Gestalt? I just wanna play, play, play. Ich will nicht spielen, sagte er. Ich bin zu müde. Dude, stop. What the heck? Hä? Hä? Habt ihr das gesehen? Der hat keine Hand gehabt. Aber wie kann er dann die Puppe steuern? Wir müssen gehen. Hä? Ja, er sagt auch, er hat keine Hand. Er hat keine Hand. Oh mein Gott, Bro. Okay, irgendwas stimmt gar nicht, gewaltig nicht mehr. Irgendwas stimmt gewaltig nicht mehr. Er hatte keine Hand. Er kann die Puppe gar nicht steuern. Der fragt, was ist das Problem? Was ist los? Er sagt, ich weiß es nicht. Ich denke nur nach. Er hat die Puppe runtergenommen. Er hatte keine Hand, sagt er. Er sagt, ich habe keine Ahnung, wie er die Puppe kontrollieren kann. Sag ich auch. Wie er die steuern kann. Ich weiß es nicht. Sie gehen erst mal schlafen. Man seid nicht bitte kranke Menschen. Alter, lass die verfluchte Puppe über den Pfadern. Und die gehen pennen. Alter, habt ihr nichts besser zu tun. Oh Mann, Alter. Es geht los. Was? Wir sind in der Nacht angekommen. Und wir beobachten, was passiert. Let's go. Bis jetzt alles normal. Da ist das Mädchen, oder? Da ist der Gang, der Flur. Oh Gott, die Puppe sagt, ich will nicht schlafen gehen, ich will spielen. Der Vater sagt nein. Der hat nicht mal mehr die Hand drin, oder? Der hat die Kamera entdeckt. Die Puppe hat die Kamera entdeckt. Habt ihr das gesehen? Bro, er hat nicht mal die Hand drin gehabt. Habt ihr das gesehen? Habt ihr das gesehen? Okay. Er legt die Puppe oben hin. Alright. Alles gut. Alright, alright, alright. Die Puppe sitzt oben. Wir gucken weiter. Alle schlafen. Wenn wir Glück haben, passiert gar nichts. Die Puppe. Nein, 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 nein. 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 Nein, 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 nein. Hör auf. Bro, nein. Wieso bewegt die sich? Die nimmt den Eimer? Was macht die mit dem Eimer? Was macht die mit dem Eimer? Was macht die mit dem Eimer? Die hat sie auf den Vater geworfen, oder? Hä? Bro, die Puppe hat den Vater umgelegt. Was? Ich dachte, der Vater kontrolliert die. Wo ist die? Bro, ich kann nicht hingucken. Ist das sein Arm? Da ist sie. Dicke, das ist einfach nur noch krank. Yo, what um alles, Dicke? Karate-Kick ins Gesicht, Mann. Tret die um. Verbrenn die. Jungs. Jungs, ich will euch nicht aufwecken, aber... Da steht... Jungs, ich will echt nicht... Aber es steht eine verfluchte Puppe an der Tür. Ich will ja nichts sagen. Jungs. Zwei Uhr nachts. Jungs. Wakey, wakey. Wakey, wakey. Hallo. Wacht doch endlich auf. Endlich einer. Okay, er fragt, hörst du das? Was ist das, Bro? Was ist das, Bro? Sie haben keine Ahnung. Sie gucken nach, was das ist. Okay, er läuft. Die Geräusche kommen von hier. Er sagt, ich glaube, die Geräusche kommen von hier. Bro, Puppe. Huh? Puppe. Er sagt, wieso will niemand mit mir spielen? What? Okay, Karate-Kick ins Gesicht, bitte. Chester? Chester? Er sagt, Hilfe, Hilfe, Hilfe. Bro, guck doch nach ihm. Chester? Was ist los? Oh mein Gott, Junge. Alles klar, äh, äh, okay, Sidekick-Karaten, ich sag doch, alter, das war der Kick ins Gesicht. Yo, die Puppe ist weg, sein Hals komplett rot, wo ist eigentlich die Tochter? Ey, Digga, das ist so krank, okay, 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 äh, er ist in ihrem Zimmer, er fragt, soll mir helfen? Er sagt, lass einfach gehen, sie sagen, lass einfach gehen, endlich, geh weg, kacke auf die, man, ich kenne die nicht, aua. Sind sie abgehauen? Sie sind abgehauen. Wir sind rausgehauen zu unserem Auto, weggefahren, einfach nach Hause. Wir haben nie wieder von Millie oder ihrem Vater gehört. Bro, die Puppe hat einfach beide umgelegt, die Puppe hat einfach beide umgelegt. Ich hab, ey, yo, ich, alter Schwede, Bro, ich hab Schweiß, ich hab keine Ahnung, ich hab keine Ahnung, ich hab keine Ahnung, ich hab keine Ahnung, was wir da gerade angeguckt haben. Ich hab keine Ahnung, Bro, was ein gestörtes Video. Ladies and Gentlemen, wenn euch dieses gestörte, geistkranken Video gefallen hat, lasst alle mal ein Like, da zerschmettert den Like-Button, wenn ihr noch einen Teil haben wollt bei 7777 Likes machen mit dem nächsten Teil. Alter Schwede, war das krank. Ein gestörtes Video. Bro, ich weiß echt nicht, was da gerade abging, aber ich hab's euch immer gesagt, Puppen, ich bin raus und Puppen sind einfach nur gestört. Klickt hier aufs letzte Video. Viel Spaß dabei. Ciao, Alter. Ciao. Ciao.